Vielleicht einfach mal, um euch auch zu zeigen, dass die Server in letzter Zeit relativ leer sind und ich weiß echt nicht warum. So Leute, ich bin's der Max von dem Kanal GameCop und heute geht's weiter mit der Modern Combat 5 Serie Road to 50 Plus. Und in dieser Serie versuche ich einfach nur live ein 50 Plus Gameplay zu spielen und das Ganze mache ich hier in Flagge erobern, weil man in jeder Gegend jeden Jahr nur maximal 30 Kills machen kann. Und weil man sich von Flagge erobern eigentlich die meisten Kills, sag ich mal, verspricht. Es ist gerade aber das Problem, dass nur drei Gegner drin sind und wir auch nur zu dritt sind, deswegen ist es jetzt etwas schwerer hier 50 Kills zu schaffen. Schauen wir einfach mal, wie gut das Ganze klappt. Den ersten haben wir, den zweiten haben wir auch. Und da setze ich direkt die Drohne ein. Ich schnappe mir auch mal direkt die Flagge, damit einer unserer Teamkollegen nicht zufällig auf die Idee kommt, die Flagge zurückbringen zu müssen, damit wir schön viele Kills machen können. Und der ist da direkt gespawnt. Ist natürlich auch nicht so toll für ihn. Und da haben wir direkt den Bomber. Den setze ich natürlich direkt auch ein. Der ist da reingegangen, okay. Ah, das wird wieder so ein Suchen den Gegner und versuchen zu zerstören. Oh, oh, oh. Alter, hat das gerade lange gedauert. Beziehungsweise ich habe mich gerade ziemlich vereimt. Und ja, ich spiele wieder mit dem Anzug, mit dem man nur noch die Hälfte an Kills braucht für eine Killstreak. Jetzt kämpft er hier drin, jetzt finden wir hier keine... Doch, wir finden noch Gegner. Mit dem ich nur die Hälfte an Kills brauche für eine Killstreak, damit es mir einfach erleichtert ist, hier etwas hinzubekommen. Und ich spiele gerade auch mit der Compact im Troll. Ich finde, die ist auf jeden Fall stark genug für so eine Serie hier, um genug Kills zu machen. Ihr seht ja auch, es klappt ganz gut hier, Kills zu machen. Und ja, bin ich eigentlich recht erstaunt, dass es gerade so gut klappt, da ich schon etwas länger keine MC5 mehr gespielt habe. Also beziehungsweise ich habe halt gestern das Video aufgenommen und dann keine MC5 mehr gespielt. Und jetzt spiele ich wieder und toll, wir haben wieder nur drei Gegner. Die gehen alle raus. Kann man auch ein bisschen verstehen, würde ich sagen, wenn wir die Gegner hier so ein bisschen Spawn trappen. Ah, da war ein Gegner, der ist jetzt leider tot. Das Problem ist, dass mein Teammate die ganze Zeit da drin bleibt, deshalb spawnen die, denke ich mal, manchmal nicht. Und der hatte noch einen Spawnschutz oder sowas, weil ich ihn kaum töten konnte. Das ist natürlich kacke und von wem wurde ich da getötet? Der ist gar nicht im Gegnerteam. Hm, komisch. Okay. Naja gut, auf jeden Fall kann ich jetzt wieder eine Bombe erreichen, jetzt wo ich getötet wurde. Ähm, wie viele Kills habe ich denn schon? Zehn? Zehn Kills, aber die Zeit ist schon recht fortgeschritten. Ähm, also ich kann euch jetzt eigentlich schon sagen, dass die 50 Kills wahrscheinlich nicht drin sein werden, aber da mir die Runde recht gut gefällt, dann nehme ich sie einfach mal. Ähm, vielleicht einfach mal, um euch auch zu zeigen, dass die Server in letzter Zeit relativ, relativ leer sind und ich weiß echt nicht warum. Ich vermute halt eben entweder, dass die Server spacken irgendwie so ein bisschen rum, dass ich nicht auf gescheite Server komme. Oder, äh, ja, oder eben kaum noch Leute spielen Monarch, 5 oder sowas in der Camp dort, jetzt einfach nur in der Ecke. Schau mal, das ist ein richtiger, richtiger Camper, also wirklich Leute, die nur in der Ecke hocken und auf eine Stelle schauen, das nennt man Hardcore-Campen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da haben wir den nächsten, der da rum laggt oder was weiß ich, wie der da gerade entkommen konnte so schnell. Naja, ist jetzt auch egal. Versuchen wir noch zu schnappen. Oh, zwei Kills direkt hintereinander. Also die Compact in Pro macht auf jeden Fall genug Schaden. Ähm, das muss ich ihr lassen. Wow, er bringt die Flagge natürlich zurück. Ah, naja. Gut, den lasse ich jetzt mal in Ruhe und versuche mich mal um den Camper zu kümmern. Ja, wow, den habe ich nicht mehr bekommen. Hinter mir ist noch einer, der mich mit der Shotgun versucht zu holen. Nicht, äh, ihm gelingt das zum Glück nicht. Dann haben wir den nächsten. Nice, den habe ich gerade noch so geholt und oh, 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 da kamen Granaten im Geflogen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, die Drohne setze ich auch mal ein. Wo ist er denn? Nein, schade, okay. Ich habe nur noch den einen bekommen. Oh, der spielt auch mit der Compact Pro. Vielleicht hat er ja meine Waffe aufgehoben. Wir haben gerade 17 zu 3. Jetzt sind es 18 zu 3. Ähm, ja, läuft in Ordnung, würde ich sagen. Geht gerade so, wie es ist. Und, ja, ist halt eben eine Runde, wo wir den 50 Kills nicht mal nahe gekommen sind. Aber, äh, ja, wie schon gesagt, ich nehme die Runde jetzt einfach mal, um euch zu zeigen, ähm, ja, dass es eigentlich relativ schwer ist, in letzter Zeit gescheite Server zu finden. Das ist jetzt der erste Server, den ich heute finde. Den nehme ich einfach mal, weil ich damit recht zufrieden bin. Es sind zwar recht wenige Leute in dem Server drin, aber, ist es jetzt auch egal, habe ich den Bomber eingesetzt? Nein, leider nicht. Ah, Mist. Okay, dann setze ich ihn einfach jetzt ein. So, jetzt ist er draußen. Ähm, der Luftschlag, den haben, ich habe gar keinen Luftschlag mehr, okay. Äh, in den 18 Sekunden hoffe ich einfach mal, dass der Bomber hier noch ein paar Kills holt. Ähm, der Bomber ist auf jeden Fall schon unterwegs. Und ein Kill hat er geholt, zwei hat er geholt. Äh, der ist tot. Ähm, 23 zu 4. 24 zu 4. Und den Luftschlag noch irgendwo hinsetzen. Damit, okay, ich glaube, der war schon raus. Okay, 24 zu 4 und wir haben verloren. Äh, ich denke, die Runde habe ich jetzt einfach mal dominiert. Wir haben zwar verloren, weil wir keine Flagge zurückgebracht haben, aber schaut mal, der eine, der hat einfach 20 zu 4, äh, 2 zu 20 von den Gegnern. Und, äh, ja, ähm, war jetzt mal eine Runde, wo wir den 50 Kills nicht mal annähernd nah gekommen sind. Es hat noch ein Kill gefehlt, um die Hälfte der 50 Kills zu erreichen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Lasst mir mal eine Bewertung da. Ein Abo wäre auch nice und es wäre nett, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben könntet, ob es bei euch auch gerade so ist, dass ihr kaum einen Server findet. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.